So, Willi und Willi wieder on Tour. Ich habe den Willi jetzt abgeholt und wir machen uns jetzt auf den Weg zum David Hoffmann ins Bodypower Studio nach Weißenturm. Da waren wir ja schon mal gewesen, aber er hat jetzt ein neues Studio. Wir waren in Koblenz im Stahlwerk und das ist jetzt in Weißenturm. Da war ich schon gewesen und wir werden den da besuchen. Bis später. So, jetzt sind wir hier angekommen beim David und wollen heute mal ein bisschen trainieren. Wieso bisschen? Ja, richtig, oder? Richtig, natürlich. Wir waren ja schon mal bei dir in Koblenz im Stahlwerk. Ja, richtig, ja. Groß-Dude gemacht, war auch super. Nur da hatte ich noch leider nicht die Kamera gehabt. Okay, jetzt ist mal ein Nut-Video. Das ist mal ein Nut-Video. Da hast du ja auch reingesetzt. Ich habe Fotos und auf meiner Seite habe ich auch präsentiert. War sehr schön. Ja. Hat auch uns sehr gut gefallen. Das ist ja auch, wir sind ja Willi und Willi Oldschool und du bist ja im Prinzip Oldschool von der Präsentation her. Immer. Das ist ja das, 80er Jahre, was du verkörperst, deine Figur, deine Posen, alles. Ist genau das, was ich auch sehen will. Was ich geil finde. Ja, ich wollte viele sehen. Ja, klar. Und ich bin auch mit den Leuten groß geworden. Ich war ja schon in Amerika. Ich habe ja die ganzen Leute alle live gesehen. Und da passt du genau in das Bild rein. Und das ist ja selten heutzutage. Ja, Studio auch. Studio ist auch ein Traum. Ja, seit 86. Ja, ja. Fast so verändern, würde ich mal noch sagen. Wie lange hast du es jetzt? Ich habe es jetzt fast ein Jahr. Also am 01.01. habe ich es übernommen. Genau. Habe ich hier noch ein bisschen ein paar Sachen renoviert. Noch ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Geräte gekauft. Heute habe ich noch mal zwei bestellt. Ja. Also, wie gesagt, das Flair soll 80er sein. Aber man soll halt auch 100% richtig gut Trommeln stehen. Ja, ja. Ich wollte schon für ein paar Sachen extra haben. 70er Kurzhandeln braucht ihr ja bestimmt auch, oder? Ja, nicht ganz. Ja, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Ja, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Ja, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Ja, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Ja, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Ja, das macht ihr mit dem Rücken? Wir wollen Rücken trainieren, genau. Ja. Wie viele Übungen macht ihr? Ich wollte vier, fünf Übungen machen. Ja. Ja, jetzt ist alles da, ja. Ja, jetzt ist alles da, ja. Von euch ausprobieren, sämtliche Seilzüge, Greffe, alles, alle Variationen vorhanden. Ja, ok. Wir werden uns später noch mal melden am Training. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020